Nach der Brandkatastrophe im Flüchtlingslager Moria will Griechenland noch am Donnerstag Familien und besonders bedürftige Menschen eine neue Unterkunft beschaffen. Eine Ferie mit Platz für hunderte Menschen wurde zur Insel Lesbos entsandt, das teilt das Migrationsministerium am Donnerstag in Athen mit. Zwei griechische Marineschiffe sollen demnach zusätzliche Schlafmöglichkeiten bieten. Auch drei Flugzeuge sind den Angaben zufolge nach Lesbos geschickt worden, um 406 unbegleitete Minderjährige aufs Festland zu bringen. Sie sind zuvor auf das neuartige Coronavirus getestet worden. EU-Vizekommissionspräsident Margaritis Chinas wird am Donnerstag auf Lesbos erwartet. Dort ist das völlig überfüllte und schon seit Jahren als unmenschlich kritisierte Flüchtlingslager Moria am Dienstagabend durch einen Großbrand in weiten Teilen zerstört worden. Durch ein zweites Feuer am Mittwochabend verbrannte dann der verbleibende Teil des Lagers fast vollständig, wie das Ministerium mitteilt. Ernsthaft verletzt ist durch die Brände niemand worden, fast 13.000 Menschen sind aber obdachlos und mussten auf der Insel auf Straßen oder einfach im Gelände schlafen. Migrationsminister Notis Mitharachi hat am Mittwoch gesagt, die Feuer seien ausgebrochen, als die Asylbewerber gegen die verhängte Quarantäne protestierten. Wenige Stunden zuvor hat das Ministerium mitgeteilt, dass 35 Lagerbewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal.